Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Darksiders. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen leiser klinge oder anders klinge. Ich war und bin noch krank und ich lag jetzt davor, bevor ich jetzt hier wieder angefangen habe zu spielen, mit Fieber im Bett und deswegen, ja, lief es nicht so ernst, wie ich das wollte. Bitte seid mir nicht böse, wenn einige Folgen ausgefallen sind, weil ich habe es einfach nicht geschafft, auch mit Fieber war es halt nicht so für mich zu bewältigen. Und ja, ich hoffe, ihr seid da nicht böse. Aber in dem Moment geht mir dann doch ein bisschen meine Gesundheit vor und ich denke mal, das sollte bei jedem so sein, dass die Gesundheit dann doch vorgeht. Ich versuche halt gerade so viel wie möglich aufzunehmen und zu machen. Wenn ich jetzt nicht wirklich die Zeit schaffe, die ich sonst immer mache, dann tut es mir leid, aber es ist wie gesagt einfach so, dass ich wie gesagt so erkält bin und das einfach noch ein bisschen, ja, so viel wie möglich zu schaffen versuche, aber nicht alles schaffen kann. Aber das ist denke ich mir normal, mein Gott. Ich meine, ich bin erst bei Tag 2 des Antibiotikums, was ich nehme, also das kann alles noch ein bisschen dauern. Ich habe zum Beispiel auch keinerlei Planung, wo ich hin muss oder was ich tun muss. Ich weiß es nicht. Ich werde auch ein bisschen langsamer denken wahrscheinlich jetzt werden und reagieren, was wahrscheinlich sehr kontraproduktiv hier in dieser Stelle ist. Aber wir werden schon noch irgendwie herausfinden, was wir tun müssen. Wenn ich aufstoßen muss, tut es mir leid. Ich trinke gerade ziemlich viel und das ist halt auch mit Kohlensäure. Okay, ich bin jetzt... Oh Gott, ich habe gerade eben noch Dishonored gespielt. Und ich bin doch diesen Doppelsprung gerade gewohnt und den habe ich ja nicht mehr hier. Oh Mann. Ich habe jetzt echt keinen Plan, wo ich hin muss oder was ich tun muss. Okay, damit kann ich schneller werden. Hä? Ich bin so planlos gerade. Ich hoffe ihr lebt mir sich übel, wenn ich nicht allzu weit heute komme. Falsche Richtung. Oh, geht mir nicht auf den Sack. Ha! Auch nö, ne? Also das... Ich kann heute öfters vorkommen, dass ich wirklich total verplanen und verpeilt bin. Oder runterfall wieder. Entschuldigung. Oder Gene. Oder halt wegen Halsschmerzen, die ich allzu viel sage. Aber ich gebe mir auch für euch die größte Mühe. Das ist nicht arg zu verpocken. So. Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh, Entschuldigung. Ich habe dich übersehen. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas damit zu tun hat. Aber ich kann ja nicht... Ja? So ganz traf ich das Ganze noch nicht. Also... Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Hm. Ich bin so dezent genervt jetzt, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Wie soll ich denn da reinkommen? Ich kann ja nicht weiterkommen, ne? Wie soll ich denn da reinkommen? Hä? Okay, dann müsste es doch einen Weg nach oben geben. Außenrum. So. Oh, jetzt bin ich hier oben. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen muss. Wenn es weiter geht, gucke ich im Internet nach. Aber im Moment heißt es mich weh bewegt. Ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Ich sehe jetzt auch nicht, wo ich was drum könnte. Außer die Zeit anhalten. Und ich müsste aber, glaube ich, nach oben. Oh, Mode. Hä? Okay. Und dann mit mir los. Okay. Okay. Und stuff, Leute. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tun muss. Ich habe da unten das Ding zum Stoppen gebracht, das weiß ich aber mehr auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung war. Ich glaube nicht, dass ich nach da muss, weil da vorne kam ich doch, oder? Oh, ich habe sowas von keinen Schimmer. Ernsthaft nicht? Nee, ich musste nach unten. Irgendwo war doch ein Loch. Ah, ich weiß es wieder. Warum hat das denn die Tagesspräche, wo ich vorher war? Nö. Geht weg. Okay, mein Akku ist gerade etwas übrig. Und falls mit etwas sterben, kann alles vorkommen. Ich will was testen. Okay, ich dachte, das würde funktionieren. Nee, okay. Das nicht. Schade. Ja, okay. Hier waren wir schon mal und ich könnte mich dazu nicht mehr daran erinnern, wie ich da hinkomme. Warum es sich gespeichert hat, weiß ich nicht. Ich dachte, es würde das tun, aber es tat es nicht. Oh Gott. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ich denke mal, ich muss das da zudem da schieben. Habe ich ganz drunter? Ach, jetzt so. Okay. Oh, ich habe gedacht, dass hier wird es... Es müsste aber noch mehr davon geben. Oder muss ich das irgendwie... Moment. Moment. Pronto. Hm. 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 Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Ich muss verrecken nicht. Was ist denn das? Was war denn das? Cool. So weiter kommen wir nicht, weil wir haben das, was wir dafür brauchen, noch nichts. Hm. Ganz ehrlich, ich hab echt keine Ahnung, was ich tun soll, gerade wieder. Ich hab doch nur dieses eine. Aber ich bräuchte eigentlich mehr, rein theoretisch. Hier ist auch nichts. Auch kein Feuer, nichts. Hm. Und runterschieben kann ich's auch nicht. Was bringt mir das Ganze dann hier? Okay. Festhalten würde ich auch nicht, also... keine Ahnung. Sorry. Sorry, ich hab da keine Ahnung. Autsch. Autsch. Ach, was mach ich denn da? Okay. Wie mach ich das jetzt mit denen? Hm? Mhm. Oh ho. Das klang. Ja, es klang. Ich hab ja rausgefunden, was man tun muss. Irgendwie. Muss ich kurz muten? Da ist er! Da ist er! Das ist unfair, dass sie mich schnappen, aber nicht Dele. Ja, kommt her. Hier oben können wir kämpfen. Ja, komm. Komm, du Mädchen. Ja, komm. Putt, 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 putt. So. Ich darf nicht allzu viel reden. Ich merk das voll immer. So. Aber ich kann einfach die Klappe nicht halten. Nein. Okay, hier ist nichts mehr. Hätte ja sein können, dass es da noch weiter geht, aber nein, tut es nicht. Okay, da liegt noch was. Das hätte ich gern irgendwie. Ei, Sandwürmchen. Tschüss Sandwürmchen. Ich muss da so ein bisschen, aber nur ein bisschen an Beetlejuice denken. Waren's ja auch Sandwürmer, glaub ich. Okay. Was wollt ihr denn mit meinem Leben? Damit können wir hier doch nichts anfangen. Ich hatte doch keine Seelen-Zusammler oder so. Ja, versuch's doch. Ich komm doch selbst runter und spiel mit. Oh. Okay, das war jetzt nicht nichts. Das war wohl nichts. Ich bin doch an... ich bin doch an deiner Seite. Komm her, Schnuckiputzi. Gib ein dicker Knutscher. Oh... Du bist doch nicht so stark. Zu stark... Zu stark, um zu leben! Oh, so... ...nach... 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 ...ne... ...ne.. Hier ist die B. Neee, ich mag nicht sterben. Das ist was Endgültiges an sich. Autsch. Au. Olle, du gehst mir auf den Sack. Autsch. 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 Autsch.